Nein, du schreibst ja falsch rum. Nun, pass doch auf, nun, pass doch auf. Wenn du deinen Kopf nicht anstringst, lernst du nie was. Archimedes, weißt du, wo ich meine Flugmaschine hingetan habe? Ich habe nichts zu tun mit deinem futuristischen Firlefanz, das weißt du doch. Was ist denn das da oben? Oh, oh, ja, natürlich, da haben wir sie. Glaubt ihr denn, dass der Mensch damit mal fliegen kann? Nein, wenn ihm bestimmt wäre zu fliegen, dann hätte er Flügel mitbekommen wie wir. Hm, ich werde dir jetzt vorführen, Archimedes, wie der Mensch fliegen kann. Gib nur acht. Ja, und hinaus in die Lüfte. Oh, nein, 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 nein. Oh, 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 dass die Menschen fliegen können. Ja, wie ein Stein. Oh, 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 oh. Er wäre geflogen. Es lag doch nur an meinem unmöglichen Bart. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ich habe es gesehen!